Hallo und willkommen zurück zu Awakening der Mondenwald. Ich nehme gerade am Stück auf, habe also gerade erst gespielt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ist aber auch sonst völlig egal. Interessiert sowieso eigentlich gar nicht. Ich soll doch wieder Paare finden, oder? Ach, da finde ich gar kein Pärchen zu. Ach, es gibt wieder nur ein Pärchen. Na klar, diese... Nein, ich wollte eigentlich den anwählen jetzt. Ich habe den dann schon gesehen. Welcher passt denn jetzt? Ne, der passt nicht. Oh, ich sehe nur noch Farben. Deswegen sage ich euch, dass ich gerade am Stück aufnehme, weil... Ne, ich möchte den jetzt nicht mehr anwählen. Den möchte ich jetzt. Ach, und nochmal den. Sind wir aber dieselben, oder wie? Ne, sind nicht immer dieselben. Ne, der passt auch nicht. Boah, der ist so knallig gerade. So richtig schön. Bum-Bum-Eis-mäßig. Ähm... Die passen doch. Ähm... Ist das für euch auch so knallig gerade, oder ist das nur für mich so, weil ich hier jetzt schon die ganze Zeit drauf gucke und es spätabends ist? Ähm... Wir hatten so bestimmte Farben noch gar nicht. Ich bin schon wieder blind. Welcher passt denn jetzt? Bin ich jetzt ein Holzkopf? Ach, da, der Orangene. Ähm... Und der Orangene. Wenn die so auffällig sind, geht's ja. Jetzt haben wir den ganzen Korb voller Bären, obwohl wir nur fünf Stück oder so gesammelt haben. Passt schon. Ist okay. So, jetzt sollen wir hier eben doch die Bären bringen. Komm mal her, du Kobold. Hast du schon Waldbären gefunden? Hast du schon Waldbären gefunden? Diesmal will blablabla. Hier ist dein Korb mit Bären. Waldbären, du bist recht geschickt für einen Menschen. Ich möchte dir helfen. Das ist nützlich. Großes Ehrenwort. Viel Glück, Licht im Dunkeln. Hey, ich heiße Sophia und nicht Licht im Dunkeln. Könnt ihr mich bitte Sophia nennen? Der Kobold gibt mir ein leeres Blatt Papier und Papierfetzen. Toll. Yippie. Der ist ja total nett. Papierfetzen. Ähm, das ist nicht so einfach, finde ich. So, von dem, was ich gerade sehe. Aber ich hangel mich jetzt mal am hellen lang, weil das, glaube ich, einfacher ist. Ich weiß es nicht. Das könnte alles sein, aber ich glaube so rum. Hä? Okay. Ne, das packe ich jetzt mal oben rechts hin, weil das sieht... Oder? Wenn man es dreht, kann es auch wieder unten rechts... Das kann schon wieder alles sein. Passt es hier hin? Passt es da hin? Ne. Ne, dann mache ich es da hin, wo ich ursprünglich dachte. Obwohl, wenn das so ein Tropfen ist... Hier, das ist doch... Das ist doch so ein... Das ist... Nimmel. Wo sollst du denn hin? Keine Ahnung. Check das nicht. Ist nicht so einfach. Oder wie seht ihr das? Puh. Jo. Geht es hier weiter oder kommt da was drüber? Hm? Meine Kinder. Sagt mal. Äh. Äh. Boah, ich finde nicht ein Stück gerade, was ich einfach finde. Das hier vielleicht. Unten rechts hin. Kann das sich mal so einklinken? Oder was? Kann auch schon wieder so alles sein. Könnte auch oben rechts sein. Ist das schön schwierig gerade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich packe den jetzt einfach mal dahin. Ich puzzle einfach mal und gucke. Ich gucke einfach mal, ob sich was ergibt. So. Wenn hier so ein Baum ist, geht es da irgendwo weiter? Habe ich ein Stück mit so... Was Baumartigem. Das hier vielleicht. Hier so. Ne. Da. Keine Ahnung. Ich doch. Doch! Ah, jetzt klingt der sich auch ein. Das ist ja toll. Hey! Ein erstes Stück geschafft. Aber naja, nu. Das kann nicht, wie gesagt, immer alles auf Anhieb klappen. Ist im wirklichen Leben auch nicht so. So. Der passt natürlich nicht. Das wäre auch zu schön. Ne, das... Ne, ne. Ne, das scheint dem nicht recht zu sein hier. Wo geht es denn jetzt da oben weiter? Alter. Ich will den Baum da weitermachen oder was auch immer. Das hier ist ja wohl unten. Hier ist so ein... So ein Stumpf. Äh... Irgendwie... So? So? Oder so? Nein. Das muss ja irgendwie eine Kante oben sein, die so gerade weiter geht. Alter. Ich glaube, das ist ein sehr... So, finde ich, schwieriges Puzzle. Wo gehört denn der Stumpf hin? Der muss doch irgendwo hier reinpassen. Da! Da ist er doch. Genau. So. Und jetzt? Geht der da nicht weiter? Oder ist das hier was ganz anderes? Sah so aus. Nee. Nee, das... Äh, nee. Nee, das möchte der nicht. Das hat nichts mit dem zu tun. Hier sind doch solche Linien. Helfen die mir irgendwie? Boah. Versuch hier gerade irgendwie... Seht ihr ja schon. Ähm. Nee. Manchmal sieht man ja auch so ungefähr, wie die richtig gedreht sind. Hier aber auf jeden Fall nicht. Finde ich denn da das Stück, was da reingehört? Genau. Mensch, klasse. Ah, ich hab gedacht, da unten die Kanten, diese Ecken hier. Das ist aber schon fies gemacht, ne? Man denkt ja, sowas ist eine Ecke und gehört dann unten links oder sonst wo. Und wahrscheinlich ist das halt auch das Fiese. Wenn das so ist, dann gehören die Ecken ja anscheinend nicht mal dahin, wo man denkt. Und dann ist das auch gar nicht mehr so schwierig. Nee. Sag ich jetzt so. Ist natürlich immer noch schwierig, aber... Wisst ihr, was ich meine? Man fängt ja immer mit den Ecken an. Und... Ja. Jetzt wissen wir schon mal, dass es hier auf jeden Fall nicht so ist. So wollte ich das. Ach, geht sogar. Und dass die dann auch noch so hell und dunkel sind, ist auch gemein. Nee. Aber ich brauch so einen großen irgendwie. Die werden ja immer auch kleiner, wenn sie dann einrasten. Der muss doch passen. Nee? Nee? Nee, auch nicht. Na gut. Ah. Hier soll nur so ein kleiner Fitzel hin. Auch gemein. Ich drehe mir hier einen ab. So. Okay. Gut, das... Boah, ich verstehe das Bild an sich schon nicht, also... Auch das ist gemein. Man kann nichts erkennen. Das ist auch richtig. Gewesen. Na, gehört der dicke... Ich hätte jetzt gedacht, der Strich gehört dahin. Aber der gehört dahin. Dann wohl doch das hier. Nö. So. Hä? Das hier? Ah, okay. So, und jetzt das letzte Stück. Das war jetzt gar nicht so einfach. Nee, nee. Das ist die Ecke, okay. Nee. Hä? Wo gehörst du denn hin? Wo sollst du denn hin? Nee. Hallo, ich check das noch nicht. Doch, dahin. Also doch, dahin. Ach, jetzt aber. So. Was haben wir denn jetzt hier? Leitfaden für Bäume mit ewigen Öl. Dieser Leitfaden erklärt, wie man ewiges Öl einsammelt. Also das war schon nicht so ein einfaches Bild. Ich habe mich am Ende auch überhaupt nicht mehr hier an den Strukturen, also am Bild orientiert, weil man das eh nicht so gut erkennen konnte. Ist ja auch egal. Ich habe eine Fiebel über das Einsammeln und die Verwendung von ewigen Öl gefunden. Mira sagte, dieses Öl reicht die ganze Nacht. Ja. Und jetzt? Kann ich jetzt dann mal zurück? Wo soll ich das denn machen? Ich soll hier reinhämmern und klotzen in diesen tollen Baumstumpf. Der doch irgendwo. Da. Wo war der nochmal? Nee, hier anscheinend nicht. Wo war denn dieser tolle Baum? Nochmal. Da. Da ist der Baum, den ich meinen. So, jetzt haben wir hier dieses Dingens. Und haben Holzfall. Nee, das gibt nicht. Der Zapfhahn sitzt. Jetzt brauche ich einen Ölbehälter. Ja. Aber das ist kein Behälter. Was mache ich denn jetzt? Na nun, was mache ich denn jetzt? Nee, das bringt uns nicht weiter. Hilft uns hier am Seeufer was? Oder hier zum Palio? Naja, hier waren wir auch noch gar nicht. Und hier haben wir auch noch diese Kugeln. 17 haben wir jetzt schon. Eines Tages wird aus dem Bäumchen ein stolzer Baum. Ich habe eine Fibel über Blah. Danke, wissen wir. Ziegelsteinnische. Einer der Ziegelsteine muss herausgefallen sein. Wir brauchen einen Ziegelstein. Hier haben wir ein Behältnis. Rechter Deckel. Der rechte Deckel ist fest verschlossen. Ähm, kann ich das aufdingsen? Der linke Deckel ist fest verschlossen. Hier kann ich irgendwie nichts machen anscheinend. Ich muss sie herunterholen, um sie benutzen zu können. Oh Gott. Dreck kaputt gemacht. Repariere die Laterne, indem du die Scherben wieder einsetzt. Ja, das war jetzt auch geil. Also ich meine, das hätte sie jetzt ja auch mal ein bisschen vorsichtiger machen können. So, zum Beispiel mit dem Stab hier durchgehen und die dann langsam runterholen. Jetzt darf ich hier wieder deinen Schmuh, den du verschrottet hast, reparieren. Geil. Wie, wie, wie gehören denn diese Dreiergelen dahin? Aha. Gut. Nee, das passt nicht. Du gehörst dahin. Das ist wieder so eine gerade Kante, die nirgendwo hinpasst, wo man sie gern hätte. Das funktioniert alles nicht hier, was ich mache. Hä? Da, so. Anders geht's doch gar nicht, so. Ähm. Greifen mittlerweile auch einfach nur noch Stücke. Jetzt geh schon. Nein, möchtest du nicht? Möchtest du lieber so sein? Ist doch noch blöder. So vielleicht? Genau. So. Ach, das ging jetzt gut. Das muss ja auch mal ein bisschen schneller jetzt. Ja. Gut, dann nicht. Dann nicht. Aber du passt doch da so hin. Da passt du aber hin. Nein, auch nicht. Na gut, dann nehme ich jetzt ein anderes. Hä? Äh. Ja? Geht doch. Geht doch. Jetzt komm. Öl-Öl-Athene ist wieder intakt. So. Jetzt haben wir völlig leer. Wenn ich es ernst finde, kann ich hier nicht gut sehen. Wir haben jetzt aber einen Messingschlüssel. Haben wir auch noch einen? Nein. Nein, haben wir nicht. Dann machen wir hier mit dem Schlüssel auf. Und die andere Seite. Aha. Die Leine passt durch den Holzstab. Und was ist das? Ach, der Ziegelstein. Das hier nicht? Nein. Und das... Den haben wir verschlossen. Da können wir anscheinend nichts machen. Aber wir können den Ziegelstein jetzt hier reinhauen. Ordne die Steine so an, dass du vollständige Blumen... Dass vollständige Blumen entstehen. Ach, du Jemini. Ich musste mich mal eben anders hinsetzen. Ähm... Das ist jetzt aber... Also es müssen können... Es gibt ja auch wieder hier tausend Möglichkeiten. Ähm... Am besten natürlich, man nimmt die nach links. Die... Ach! Die blinken auf, wenn es richtig ist. Das finde ich gut. Sonst hat man ja hier zig Möglichkeiten. Ähm... Fangen wir mal oben links an. Ich brauche eine, die... Da hinpasst. Die passt auch. Na gut, dann passte die. Ich wollte eigentlich oben da anfangen. Welche ist denn noch auf der rechten Seite, die passen könnte? Da, die passt da hin. Genau, die wollte ich haben. Und jetzt die da hin. Genau, perfekt. So. Ähm... Das geht ja nicht. Das... Eher auch nicht. Ich... Ich bräuchte irgendwas, was... Also... Eine Blume, die... Oben nix hat. Genau. Und jetzt... Eine, die wieder unten angrennt. Wie die hier. Ne, das geht ja... Ach, nee, Quatsch. Aber die hier vielleicht. Ja, super. Die tauschen. Ne, das geht nicht. Die da hin. Ne, aber die... Die passt da unten hin. Och, naja, so per Zufall geht's auch manchmal. Sag ich doch, per Zufall. Ähm... So, die gehen jetzt auf. Wunderbar. Die auch. Und die beiden tauschen. Yay, hat funktioniert. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Uh, hier. Leere Ölbehälter. Und noch ein Köder. Der Köder wird an der Leine befestigt und du hast eine Angelroute. Ja, okay. Gut. Alles... Bekommen. Ich kann die Laterne hier aufhängen, sobald sie brennt. Ja, noch geht das aber nicht. Damit kann ich versuchen zu angeln. Und das können wir oder dürfen... Was haben wir denn hier? Finde die Objekte auf der Liste. Finde 16... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ach ja, und die letzte sechzehnte, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr gefunden. Es hätte so schön in einem Rutsch gehen können. Jetzt sehe ich die sechzehnte Murmel nicht. Seht ihr die sechzehnte Murmel? Vielleicht versteckt in einer Blume oder so? Nee, eher nicht. Oh, ich liebe es zu stupsen in diesem Spiel. Ihr glaubt gar nicht, wie cool das ist. Das erinnert mich so an Sommertage in einem Wald und einfach mal so die Seele baumeln lassen, mäßig. Stups, stups, stups. Ähm... Ach, Gottchen. Ja, wo ist denn jetzt hier die sechzehnte Murmel so? Eine Murmel noch. Eine Murmel. Murmelchen. Ich gucke, ich gucke, ich gucke mal, ich gucke mal. Nein, 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 nein. Ich habe so irgendwie den Verdacht, dass sie hier ist. Aber hier ist sie nicht. Hm. Ich sehe die nicht. Ich bin schon mit dem Kopf jetzt weiter weggegangen. Soll ich mal einmal Miras Hilfe nehmen oder soll ich weitersuchen? Hm. Mensch, Murmel, wo bist du? Wo ist sie denn jetzt? Sag mal. Ach, da unten versteckt. Die habe ich nicht gesehen. Vielleicht hätte ich jetzt noch eine ganze Weile gucken müssen. So. Ja, hier waren wir doch noch nicht. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Da waren wir doch noch. Oder sieht das jetzt... Nee, hier waren wir doch noch gar nicht. Hier ist eine Katze. Miau. Ach, ich bin jetzt voller Kater. Oh, der Kater starrt mich an, wenn ich mich mehre. Vielleicht hat er Hunger. Vor dem Sonnenpavillon bin ich einem Kater begegnet. Mr. Muffins. Er gehört bestimmter Hexe, sieht aber zu grimmig aus, um mit ihm zu spielen. Vielleicht hat er sogar etwas für mich. Ich muss ihn irgendwie aufheitern. Ja, hier. Mit den Murmeln. Die Murmeln gehen doch noch nicht. Hier haben wir noch einen. Das können wir nicht machen. Hier mit Honig. Spinne. Nein. Das funktioniert alles nicht. Nee, dann geht das jetzt noch nicht. Dann haben wir Pech jetzt noch schnell hier. Die Murmeln, die wir nicht alle haben, rein. Auf dem Muster sind runde Aussparungen. Was muss ich hier einsetzen? Ja, na gut. Ich benötige mehr davon. Wir haben noch nicht genug Murmeln. Ich merke das schon. Diese Staffeln sind bis zur Unkenntlichkeit zerbrochen. Och Mann. Wie schade. Ja gut. Dann weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wir schauen im nächsten Part weiter bei Awakening, der Mohnenwald. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao.